Wie kannst du Selbstzweifel eliminieren? Wie kannst du Unsicherheiten eliminieren? Viele Menschen denken, ich brauche jetzt irgendetwas. Eliminiert und fertig. So ist die Psyche jetzt nicht. Zunächst einmal, es ist gut, Selbstzweifel zu haben. Es ist gut, Unsicherheiten zu haben. Selbstzweifel hat nur der Mensch nicht, der entweder fanatisch ist oder borniert. Wenn du Selbstzweifel hast, klopfe dir auf die Schultern und sage, ich bin weder borniert noch Fanatiker. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass du dich nicht beherrschen lässt von Selbstzweifeln oder von Zweifeln und Unsicherheiten. Wichtig ist zunächst einmal, überlege, was ist deine Aufgabe in deinem Leben? Überlege, was kann ich dafür tun? Und dann triff einen Entschluss und dann mache weiter. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, verwirf die Alternativen. Es gibt in Amerika das schöne Sprichwort, Once you decided, kill the alternatives. Ich übersetze es etwas gewaltfreier. Wenn du dich entschieden hast, verwirf die Alternativen. Du musst nicht gleich Entscheidungen für den Rest deines Lebens treffen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich mache das jetzt für ein Jahr, dann bleib dabei. Vielleicht vorher überlege ein bisschen genauer. Denke nach. Und dann schreibe dir vielleicht Gründe auf. Und dann triff die Entscheidung und dann bleib dabei. Dein Unterbewusstsein wird dir dann anschließend noch sagen, Ja, du hättest noch das bedenkt, das, das, könntest du nicht das. Und dort hinten ist es vielleicht noch schöner. Und dann sag deinem Unterbewusstsein oder deinem Geist, Danke für den Vorschlag, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe mich entschieden und ich bleibe dabei. Also entscheide dich und bleibe dabei. Ein zweites ist natürlich auch Selbstzweifel im Sinne von, Kann ich das überhaupt tun? Hier hilft eine spirituelle Einstellung zum Leben. Ich gehe fest davon aus, wir bekommen die Aufgaben im Leben, die wir bewältigen können. Als ich zu Anfang meiner Meditationslehrtätigkeit einen Meditationskurs geben sollte, dort, ich war recht jung, 20 Jahre, die Menschen, die ich unterrichten sollte, waren durchschnittlich 30, 40, 50 Jahre alt. Und dann habe ich der Zentrumsleiterin gesagt, Ich bin nicht gut genug. Jemand anders muss das machen. Und dann hat sie gesagt, Wenn Gott gewollt hätte, dass jemand anderes, jemand Besseres den Kurs geben würde, dann hätte er diesen Menschen geschickt. Es gibt nur dich. Deshalb bist du der Beste für die Menschen, die du jetzt unterrichtest. In diesem Sinne, wir sind die Besten für die Aufgabe, die wir jetzt haben. Wir sind nicht dazu da, immer vollkommen zu sein. Du hast auch schon gelernt von Menschen, die nicht vollkommen sind. Du hast gelernt von Menschen, die Fehler gemacht haben. Und wenn jemand unsicher wirkt, ist manchmal sehr menschlich. In diesem Sinne, trau dich und tu es. Du lernst dadurch. Du kannst natürlich sagen, und woher weiß ich, dass es mein Schicksal ist? Viele Menschen trauen sich ja nichts. Wenn du merkst, da ist etwas zu tun, und wenn du merkst, da ist ein irgendwo mindestens vorübergehend, so einen inneren Antrieb, ich könnte es tun, dann mache es. Und dann mach es. Und lass dich nicht von Selbstzweifeln aus der Ruhe bringen. Übung macht die Meisterin. Wenn du dann etwas regelmäßig tust, wirst du merken, du kannst es gut. Und zwischendurch kannst du auch überlegen, was könnte ich besser machen. In diesem Sinne, kleine Selbstzweifel, kleine Selbstunsicherheiten sind dir auch gut. Schreibe auf, was du beim nächsten Mal besser machst. Und so wirst du schrittweise besser. In diesem Sinne, sei dankbar, dass du Selbstzweifel hast, bleibe aber entschlossen, tue etwas, traue dich und wachse und sei dir bewusst, du bist die beste Person, um das zu tun, was das Schicksal dir als Aufgabe gibt.